Hey. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video, 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 Video. Ja, ich dachte mir heute gibt es einfach mal ein paar Trigger und habe mir ein paar Gegenstände ausgesucht. Und wir fangen einfach mal an. für, also ich habe ein neues Mikrofon, vielleicht ist es euch schon aufgefallen und ja, das ist das Blue Yeti also das, was ich auch habe ja, jetzt habe ich es einfach in meiner anderen Wohnung quasi auch in Berlin und ist einfach praktischer dazu habe ich mir so einen Pop-Shots gekauft oder Wind-Shots oder wie das auch immer heißt und ja, einmal diesen aus Plüsch und dann noch einen anderen diesen Standard-Pop-Shots und ja das ist Vitamin-B12-Direkt-Sticks mit Eiweiß-Bausteinen keine Werbung an dieser Stelle Entschuldigt bitte die Unordnung Moment, ich bin gerade im Urlaub und habe das Blue Yeti einfach direkt mitgenommen ich hatte jetzt vor dem Oktober mehr Videos zu drehen ja, ich hoffe das gelingt mir auch bislang sieht es einigermaßen gut aus also gestern kam ja kein Video leider habe ich es nicht mehr geschafft ja, aber den Rest des Oktober habe ich jetzt eigentlich genug Zeit um Videos zu drehen und ja, da kommt dann auch dementsprechend viel hoffentlich also wie gesagt immer gerne Video-Ideen in die Kommentare und dann habe ich auf jeden Fall schon mal eine gute Auswahl ja was mich auch interessiert hat ist wie sich das anhört wenn man hier einfach mal so drüber bürstet und jetzt also ich habe gerade Kopfhörer drin jetzt höre ich mich auch wieder selbst vielleicht lag es echt an dem anderen Mikrofon aber keine Ahnung ich dachte immer das wäre bei meinem iPhone eine Wahrscheinlichstellung oder so oder durch ein Update aber scheinbar nicht ja ich finde damit kann man auch echt gut wieder Friseur-Rollplays drehen wenn man das hier so hat und dann ja mal gucken ja ich bin momentan auch auf Rügen 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 und ähm ist wirklich sehr schön gewesen heute ähm war Wandern und bei den ähm Kreidefelsen vielleicht sagt euch das was und die Aussicht da war wirklich sehr sehr schön schaut gerne mal bei meinem Instagram vorbei ist in der Infobox verlinkt dort habe ich auch ein Urlaubsfoto aus Rügen gepostet ja wirklich sehr sehr schön das Wetter heute war auch echt mega gut also es war die Sonne die Sonne war mal da gestern war es ja sehr regnerisch hier und ähm ja dementsprechend brauchte man auch eigentlich keine Jacke also so ein normaler Pulli hat auf jeden Fall gereicht so dann als nächstes hier ist eine Zähnpackung ich hoffe die Einstellungen von dem Blue Yeti sind jetzt auch ganz gut ähm falls nicht dann sagt gerne Bescheid da muss ich dann nochmal schauen aber ich hoffe das passt jetzt erstmal alles so und Das war's für heute. Was haben wir hier denn für Tee? Das ist Minze Zitrona. Minze Zitrona. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Diese Geräusche sind auch sehr angenehm, wenn man einfach so über das Mikrofon geht mit dem Finger oder so. Also über diesen Puschel hier. Als nächstes würde ich mir dann, glaube ich, Studio Leuchten kaufen. Muss ich aber nochmal gucken, also ich habe jetzt gerade das Mikrofon gekauft und das wird dann wahrscheinlich noch etwas dauern. Ich hoffe, die Dusche im Hintergrund ist nicht zu laut, falls ihr das hört, das ist eine Dusche. Ich hoffe, das ist nicht störend, aber kann ja vielleicht auch ganz angenehm sein. Ansonsten habe ich hier noch einen Keks. Keksentricker quasi. Viele mögen ja diese Essensgeräusche. Ja, ich mag sie auch selbst sehr gerne, aber viele finden das auch total schrecklich, kann ich aber auch nachvollziehen. Also ja, ich kann den Punkt wohl verstehen, warum man das eklig oder irgendwie komisch oder sonst was findet. Also bitte. Jetzt hört man auch den Kirchturm in den Hintergrund. So, ich würde sagen, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es eigentlich relativ kurz war. Aber, ja, ich hoffe trotzdem, ihr mochtet das und konntet ein wenig entspannen. Ja, abonniert gerne meinen Kanal, würde mich mega, mega, mega freuen. Wir stehen kurz vor den 5.800 Abonnenten. Ähm, vielleicht schafft man es ja noch, dieses Jahr 6.000 Abonnenten zu bekommen. Ich glaube zwar nicht, aber das wäre auch kein Problem. Aber es würde mich natürlich sehr freuen. Und, ja, ansonsten, ähm, bleibt gesund. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann.